Mag sich bei ihm zum guten Teil nur deswegen alles so glatt zusammenfügen und so klar gestalten, weil er die Dunkelheiten und die Widersprüche des Lebens bei weitem nicht mit der Stärke empfindet und unter so tiefen Erschütterungen durchkämpft wie Luther. Und konnte jene praktische Richtung leicht eine Vermengung von Religion, Politik und Polizei ergeben, dies einfache und gesunde, frische und tatenfrohe Christentum behält einen eigentümlichen Wert. 5. Calvin In anderer Färbung erscheint die Grundidee des reformierten Christentums bei Calvin. Bei dieser zur Herrschaft und Organisation berufenen Natur waltet eine strenge Systematik und eine eiserne Konsequenz. Alle Mannigfaltigkeit dient einem einzigen Grundgedanken. Aber nicht nur die Form, auch die Grundempfindung ist eine andere. Die Denkweise wird theozentrisch in der Weise Augustins. Die Ehre Gottes ist die Zentralidee. Der Herrlichkeit Gottes soll alle Kreatur bereitwillig dienen. Es ist der absolute Wille Gottes, der über alles in einer dem Menschen rätselhaften Weise entscheidet. Aller Zweifel, wie auch alles natürliche Selbstvertrauen, wird hier zu einem Frevel gegen Gottes Majestät. Alles Leben des Menschen sei allein Gott geweiht, dem es von Haus aus gehört. Gott wirkt überall direkt, sodass alle Zwischenursachen und menschlichen Vermittlungen fallen. Aus dem Kultus sei alles verbannt, was das reingeistige Wesen ins Sichtbare und Bildliche herabzieht.